Musik Ab 16.00 Uhr drinnen ist das AOV-Heilspiel in Bad Ravenau in der Müll-Tanhandel. Also uns ist so durch Zufall aufgefallen, dass wir 20 Jahre AOV-Heilspiel haben. Zehn Jahre Album Dein Radio. Was live gespielt wird am Stück und ohne Werbeunterbrechung. Achso, was passiert da eigentlich? Wir haben einfach richtig Bock auf die Sache. Es soll einfach mehr werden als ein Festival, wo wir Bands spielen. Deswegen spielen wir auch mittags Unplugged, damit wir mal vor unseren kleinen Kids spielen können. Bringt eure Kinder mit. Wir haben viele Gäste am Start. Welche genau? Ist natürlich noch ein Geheimnis. Wir haben viele Gäste bei uns im Set dabei, die Songs mit uns spielen werden. Aus alten Zeiten, aus neuen Zeiten. Fünf weitere Bands, ist das richtig? Wir haben spontan diese Eier. Jungs, wir sind noch dabei. Wir haben den größten Wunsch so cool wie James Bond zu sein. Ein Stein und so. Singer, Songwriter. Freue ich mich drauf. Also Kontrapunkt zu allem anderen. Feiern! Aus Berlin! Lassen uns nicht lumpen, eine Gucken-Musik-Kapelle spielt auf zum Bund. Was gestern noch so scheiße lief, nur Frohsinn und Fröhlichkeit. Job Ibrahim ist gerade noch mit The Busters auf Welttour. Ihr könnt jetzt Tickets kaufen, heute, jetzt, morgen, zu jeder Zeit. Heute fühl ich mich wie Mutter Teresa. So stark wie Julius Zehle, so potent wie Kaiser Franz. Und ich hab den größten Wunsch so cool wie James Bond zu sein. Ein Stein und Superman hinein, ich pack mich bei. Wir wollen uns damit nicht die Taschen voll machen, wir wollen einfach für euch ne geile Party auf die Beine stellen. Feiern! Feiern! Und es wär schön, wenn wir die Halle voll machen würden. Heute fühl ich mich wie Mutter Teresa. So stark wie Julius Zehle, so potent wie Kaiser Franz. Und ich hab den größten Wunsch so cool wie James Bond zu sein.